hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen video und zwar stelle ich euch ein neues spiel vor und zwar draw something das ist so ein kleines spiel da spielt man spieler gegen spieler und guckt so ein bisschen und malt so ein bisschen und beste beschreibung ever gut dann melden wir uns einmal an so dann haben wir uns schon einmal angemeldet und wie natürlich habe ich mich so zu genannt und wir starten gleich mal ein neues spiel da sucht er jetzt mir jemanden aus überhaupt jemanden finden hier haben wir mit spieler sind dran wir haben hier zwei spieler die gerade dran sind mir was zu malen ich hoffe die beeilen sich mal ich mache mal immer schnell spielen so die mitspieler sind immer noch hier dran hier gibt es herausforderungen und ich kann einmal anfangen tippe und rate okay eine tasse natürlich ist das jetzt hier auf englisch wahrscheinlich ja weiter okay hier kann ich noch mal raten die malen alle so gut ich hoffe ich kriege das auch hin so gott was soll das sein nein ich möchte das nicht was soll denn das bitte sein ich habe keine ahnung was das sein soll ähm so in das haar ach kann ein komp ist das kein komp ach mit b gut ich habe es falsch geschrieben tut mir leid entschuldigung ah jetzt genau und kam ich dachte immer so eine nase hey und sind dann das flügel darstellen oder so also ganz kurios so das ist ein schuh ein ein stück holz ein ähm wald ein äh oh gott äh ähm was soll denn das bitte sein soll das äh oh gott die mal da war ähm konfetti oder nein fertig mit mal nein ich will keine bombe ähm ähm ein pfeil ein ein teil ein teil au das ein teil lo oh gott was soll denn das sein ich ich habe ein bisschen hunger und ich sehe darin nur einen kuchen aber ich glaube das soll kein kuchen sein weil hier irgendwann auch nicht cakeen okay wir nehmen einfach mal die bombe eine brieftasche das hätte ich aber besser hingekriegt das muss jetzt ernsthaft mal sagen gut das ist facebook ein vorhang window ich denke die ganze zeit es geht um eine gardine und fragt mich warum das man das nicht schreiben kann nein es geht einfach nur ums fenster okay gut das ist ein zelt das ist ein zelt nee lagerfeuer oder campen tent war doch richtig der pfeiler hat es gesagt am ende vielleicht doch mal warten bis es zu ende ist 23 sekunden und wir haben eine bombe bekommen wir haben sie ja nicht oft verbraucht hier äh himmel ähm wolken ne cloud geht nicht ähm was willst du von mir sag es mir los äh büscher ein büsch äh ein soll das eine bank dastehen das soll doch die bank sein oder ach da ist das n ich suche die dankeschön so ich habe die ganze zeit das n gesucht deswegen dachte ich das wäre nicht die bank aber das soll ein kerr sein zunge ach gott die können alle so gut malen und dann komme ich ich untalentierter mensch lecken war das bestimmt lass mich in ruhe so lollipop ach ja so oh ich bin dran gut machen wir jemal die sieht mir echt bruselig aus ja kann das bitte was ganz einfaches sein was jeder mensch herausfindet bitte oh ewigkeiten wieder zum laden so was ach man ich dachte es wäre noch auf englisch eingestellt naja wir schreiben mal gutes spiel spiel so ein bisschen hier schreiben haa ok ich bin dran was darf ich denn malen ich glaube ich mache einfach mal ganz leicht den Apfel so wir haben wir haben voll wenig Farben ich brauche nochmal grün wie viel habe ich ich habe nur 17 egal sie wird es wahrscheinlich schon erkennen so so das machen wir jetzt richtig schön hier aus wir haben echt viele Farben muss ich sagen am Anfang also so so ach warte mal ne warte mal ne warte mal dann machen wir mal ein bisschen kleiner nochmal 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 komm schon das muss schön aussehen so so hier unser so hier machen wir noch ein schönes Blatt dran oh Gott ein Krüppelblatt ähm so komm schon komm schon so das sieht doch schon mal viel besser aus so und dann schreiben wir nochmal hm hm das sieht doch gut aus das muss sie doch jetzt herausfinden und ha nein der sohn nein nein das habe ich unerkannt gut Lollipop gut dem schreiben wir keine Nachricht das war mir viel zu einfach gut was nehmen wir denn jetzt ein Wessler ein Joke ah ok warte dann machen wir so ähm dann malen wir hier kurz einen Kopf mit einer oh Gott äh ähm äh weg damit Kopf mein Hund bellt schon wieder im Hintergrund das ist ja mal natürlich wunderbar so so ich bin wunderbar am Zeichnen das sieht man ja gerade hier ups super so der hat so 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 dem machen wir hier nochmal die schönen Haare so dem machen wir die Haare so hoch äh nein wir machen auch wir machen wir machen einfach zwei Mädchen die so ein bisschen einwitz erzählen hm so klein gut dann ok wir machen hier nochmal ein Auge noch ein Auge so dann malen wir hier den Mund und jetzt malen wir hier äh einen kurzen Witz äh wie sagt man auf finnisch jetzt habe ich finnisch auf englisch geschrieben egal die Sonne geht unter Punkt 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 Hell Sing Nein Ki ich glaube Hellsinki wird so geschrieben aber ich weiß es gerade nicht genau So, und H, H, H. Und das reisen wir hier nochmal in schön rot ein, damit sie es auch klar und deutlich versteht. So, gut. Ich glaube, das reicht. Ich würde einfach sagen, das war es hier mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr nochmal so ein Video sehen wollt, wie ich wunderschön male, vielleicht mit anderen nochmal dazu, dann gebt doch gerne mal einen Daumen nach oben. Und ihr könnt auch gerne was in die Kommentare schreiben. Schreibt doch mal Draw Something rein. Und ja, das war es dann auch. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.